das ist in der nächsten folge und so, 3, 2, 1 da war das auto hast du vorhin noch gesagt, willst du ein Auto bauen? ja, aber auto in minecraft ist eigentlich scheiße bau ein primitives Auto bau ein primitives Auto du bist jetzt jetzt ist fit du bist alles fit du bist alles fit alles alles oh, das ist Nabokid Nabokid ist mein Wachstück Gott wird das scheiße ich mein es jetzt schon Ehh... Oh ja dann noch... Ich werde da niemals irgendwie annähernd... Das ist echt ein zu glattes Team. Oh, mal den letzten Auto... Ich werde das noch schon sehen. Ich werde das noch schon sehen. Ich werde das noch schon sehen. Ich werde das noch sehen. Ehh... Nein, nein, nein... Ach Gott! Ach Gott! Oh Gott, ey, wird das kacke! Wird halt echt kacke. Wird halt echt kacke. Weil die Zeit halt gar nicht reicht, um ein Auto zu kaufen. Das ist nicht mein Problem. Ich habe echt ne Idee, aber die werde ich jetzt... Ach mann! Das ist einfach nur mit Anlauf hässlich. Ich weiß auch nicht, wie ich das schön machen soll. Ich werde nicht fertig, alle. Ich werde nicht fertig, alle. Ich schreie dich! Wird einfach mit Anlauf hässlich. Mit so einem Anlauf, den hast du nicht gesehen, oder? Pfff, sind sie im Scheinchen. Ich schiebe, du kannst nur... Was ist das?! Das ist jetzt der Scheinchen. Was ist das?! Och Gott, ey. So ein Fickthema. Das ist der Scheinchen. Bitte, da kommen jetzt richtig in die Kassen. Geil. Auf jeden Fall, ey. So viel wie ich bei Arrivi schon gesehen habe, wird einfach nur die größte Fickse rauskommen, die du jemals gesehen hast. Ey. Und bei mir auch. Boah! Was will ich ihn hier jetzt noch verzieren?! Dann schliere ich jetzt. Nein, ich schliere dir zu farschen. Irgendwo ein. Ich schliere mich. Da hält sich mein Lohn an die Abgas noch ein. So. Ähm. Ja. Der fährt auf Lava. Mensch. Was War das? Schütti. Oah! Oh! Ähm, ähm. Ähm, ähm, das werde ich nicht mal hinschaffen. Scheiße, das hab ich mir ab Anfang vorgenommen. Vielleicht noch eine? Okay, 10 Sekunden, Alter. Oh Mann, ey! Boah, das sieht so gut aus. Alter, fad, ey. Oh mein Gott, hier bleibt. Ah. Ah, ist abgedehend. Das ist... Wir haben ja ganz viel Fantasie. Hä? Wer... Was denkt der sich, wenn der sowas baut? Was soll denn das überhaupt heißen, 34f16? Das ist wahrscheinlich irgendein Ferrari. Nee, da gibt's nur ein F12. Äh, das ist ein Alter. Ja, das ist eigentlich... Da ist ein Baum mitten auf der Fahrbahn. Hallo? Ja, das soll doch... Äh, ja... Das soll doch zeigen, dass... Dass die Straße grün ist. Ist okay. Und jetzt fertig geworden. Sowas habe ich mit drei Jahren gespielt. Alter, Flo, das war mit Anlauf schön. Ja, ne? Was ist das denn? Das ist, glaube ich, aus Star Trek. Ich glaube, das ist das modifizierte Star Trek-Frauensschiff. Typ Unterstrich. Oh. Das ist das Insektenauto, oder was? Weil die hier vorne nur so Böckchen oder so Fügelchen oder... What? Wie er schreibt, Flo, das ist okay, Alter. Wie er schreibt, Flo, das ist okay, Alter. Der hält sich nicht an die Abgas noch. Das war halt der Crew-LP, der... der Crew-LP hat es gebaut. Okay, alles klar. Das war scheiße, Alter. Aber es ist nicht in die Luft geflogen. Schon mal gut. Ja, was ist das? Das ist ein Truck. Das ist ein Truck. Pick-up, ja. Pick-up, meine ich, ja. Kann man so mal bringen. Das wiederum gibt ein May-Eiserbieter. Schwebe-Auto? Das ist... Schwebe-Auto. Was will der mit mehr, Alter? Man kann nicht mehr... Ja, wahrscheinlich hat sie einen wieder gebaut. Doch. Nein. Nein. Jetzt war aber auch ein Spielzeug-Auto, ja? Ja. Und du hast ein bisschen sehr groß gebaut. Das ist echt gut. Alter, das sind voll die schönen Reifen. Das wird gewinnen, oder sowas von. Ja. Ja, ich hab mal eins. Und vorbei, das hat gewonnen. Was? Okay. What? Oh shit. Du warst. Du warst sogar vor mir. Hehehe. Ja, vierte. Geht doch noch ganz klar. Ja, das war jetzt nicht so eine gute Runde. Ja. 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 Aber wir haben für Rocket hier machen. Äh, Raid. Ne, warte. Rocket? What? Was ist dein Skin? Ach so, Razer. Ach, Razer. Ähm, Razer. So, bis zur nächsten Folge.